Herzlich Willkommen im Ehrensaal des Deutschen Museums. Heute ist ein Glückstag, nicht nur für unser Haus, ich glaube auch für unsere Gesellschaft, deren Fortschritt, deren Zukunft auch davon abhängt, wie Technik in der Gesellschaft rezipiert wird. Ich begrüße ganz herzlich als Ehrengäste unseren Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Herrn Siebler, ich begrüße ganz herzlich Dr. Karl Lambrecht, CEO der Zeiss Group und ich begrüße Sie alle als Medienvertreter, die unserer Einladung heute gefolgt sind, denn wir wollen Ihnen heute etwas Schönes präsentieren. Die Modernisierung unseres Hauses, wie Sie alle wissen, ist unterwegs. Ende des Jahres wird der erste Abschnitt, der erste von zwei Abschnitten, baulich ertüchtigt sein. 19 neue Ausstellungen werden entstehen, sind am Entstehen, sind am Einräumen und im Frühjahr nächsten Jahres werden wir dann hoffentlich mit einem großen Festakt dann diesen ersten Teilabschnitt den Menschen, unseren Besuchern auch übergeben können. Gerne hätten wir Sie natürlich heute auf die Baustelle geführt, Ihnen gezeigt, was sind die Fortschritte, wie geht es zu, das wäre aber zu viel. Deshalb ein kurzer Film, der Ihnen einen kleinen Einblick gibt, wo stehen wir denn gerade beim Einräumen und beim ersten Fahrerschnitt. Film ab. Das ist die neue Ausstellung Bildschrift Colts. Hier gibt es, die älteren Journalisten erinnern sich, eine totschicke Minotype zu bestaunen. Aber auch unsere großartige Kryptografie-Sammlung mit der Schiffriermaschine Enigma. Die Vitrinen in der Ausstellung Foto und Film stehen schon. Insgesamt werden in den Ausstellungen mehr als 10.000 Objekte eingeräumt. Die Elektronik ist noch nicht ganz so weit. Aber auf der rechten Seite ist schon der riesige Ionen-Implanter zu erkennen. Und in der Chemie stehen schon die Themeninzeln. Das Besucherlabor. Und der große Hörsaal, wo es bald stummt und kracht. Auch die historische Chemie ist bereits wiederhergestellt. In der Atomphysik werden schon Exponate montiert. Nur die Medienstationen fehlen noch. In der Landwirtschaft und Ernährung ist das große Lebensmittelregal bereits bestückt, nur noch nicht eingeleuchtet. Die alten und neuen Trecker- und Feldroboter sind noch mit Schutzplanen verhüllt, um sie vor Staub zu schützen. Die große Bürste ist übrigens eine Kuh-Waschanlage. In der Raumfahrt sind jedenfalls schon Exponate angenommen, wie das Raketentriebwerk und die große Installation, der Wettlauf ins All. Auch die Vitrinen stehen schon. In der Luftfahrt hängen schon die ersten Flugzeuge an der Decke. Die große Luftfahrthalle ist derzeit noch Umschlagplatz für die ankommenden Großexponate. In der Gesundheit ist der große Mensch zu erkennen, der die ganze Ausstellung beherrscht. Vom fünf Meter hohen Fuß über das tiefrote Herz bis zum Kopf. In der Ausstellung Brücken- und Wasserbau ist die gläserne Besucherbrücke, die spürbar schwingt, wenn man darüber geht, schon für den Besucherbetrieb getestet worden. Und bei den Musikinstrumenten steht schon die erste große Orgel und wird bald wieder zu hören sein. Ja, wie gesagt, das war ein kleiner Ausschnitt, wie es im Frühjahr dann sein wird. Wir sind weit gekommen. Aber eigentlich geht es ja heute nicht um den ersten Bauabschnitt, sondern es geht um den zweiten. Im zweiten Bauabschnitt, 22, wird er beginnen. Spätestens 28 werden wir damit fertig sein. Da liegt eine Ausstellung, die uns ganz besonders am Herzen liegt, weil sie eine der bestbesuchten Ausstellungen ist, die das Deutsche Museum zu bieten hat. Und zwar schon seit Gründung unseres Hauses. Am 7. Mai 1925 hat der Oskar von Willa an seinem 70. Geburtstag unser Haus eröffnet. Und das ist die Physik-Ausstellung. Das ist sozusagen die Basis-Ausstellung für alle Naturwissenschaften und letztendlich für alle Techniken. Die war aber bis heute nicht finanziert. Diese Ausstellung war bis heute nicht finanziert und das ist natürlich ein großes Markel gewesen. Aber mit dem heutigen Tag, und deshalb haben wir sie eingeladen, ist das Geschichte. Heute tritt die Zeiss-Gruppe in den Gründerkreis des Deutschen Museums ein. Als zehntes Mitglied, das erste Mitglied im zweiten Hauptstück. Wie alle Gründerkreis-Mitglieder, wird die Zeiss-Gruppe uns mit 5 Millionen Euro mäzenatisch ohne Gegenleistung unterstützen. Danke schön an dieser Stelle dem CEO, der Karl Ramprecht, der nicht nur Physiker ist und deshalb sein Herz natürlich auch in der Physikabteilung des Deutschen Museums hat. Er wird uns nachher gleich darüber berichten, warum die Zeiss-Gruppe im Deutschen Museum ein zehntes Gründerkreis-Mitglied geworden ist. Bei der Gelegenheit darf ich auch, weil ich Sie sehe, Frau Dr. Rojan begrüßen, die Vorsitzende des Freundes- und Förderkreises des Deutschen Museums, der auch Gründerkreis-Mitglied des Deutschen Museums ist. Zunächst aber möchte ich an unseren Staatsminister für Wissenschaft und Kunst übergeben. Herr Ziedler, herzlich willkommen. Ich weiß, unser Haus liegt dir am Herzen von Anfang an. Hast du dich auch so gefreut, bitte komm rauf, als du von dieser Nachricht gehört hast. Sehr geehrter Herr Rektor, lieber Wolfgang Hecke, sehr geehrter Herr Dr. Lambrecht und der Zeiss-Gruppe, meine sehr geehrten Damen und Herren. Bitte entschuldigen Sie, zunächst, dass ich zu spät gekommen bin, aber ich war im Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtages. Da geht man nicht her, da geht es um richtig Geld, da geht es mir richtig verweckt. Und ich bin jetzt froh und dankbar, dass es nur zehn Minuten geworden sind. Trotzdem möchte ich mich aus der Kindschule legen. Ja, lieber Wolfgang, ich habe mich sehr gefreut. Denn dieses Museum liegt mir wie vielen von Ihnen seit Kindheitstag am Herzen. Was habe ich für wunderbare Erlebnisse hier gehabt, als ich mit der Schule kommen musste am Anfang. Weil da fährt man einfach immer ins Deutsche Museum. Und dann, als wir heimgefahren sind, haben alle gesagt, das war aber großartig. Natürlich der fahrerdeische Käfig, natürlich die großartigen Unikaten, die hier ausgestellt sind, die Exponate, wir spüren auf das Knöpfe drücken und es bewegt sich etwas. All diese Dinge, die Sternwarte und alles, was mit dazu kommt, das ist einfach beeindruckend und macht ganz, ganz viel Freude. Und dann war ich auch immer wieder mal hier als Jugendarbeiter. Denn im Ferienprogramm, das ich dann zwischen dem 17. und dem 25. Lebensjahrbezug hatte, waren wir jedes Mal im Deutschen Museum und jede Fahrt, meine sehr geehrten Damen und Herren, war sofort voll, weil alle mitkommen wollten und erleben wollten, was es denn wieder gibt und wie schön es ist und wie es passen läuft. Und wenn man dann politisch Verantwortung tragen darf, dann erschließt sich fast ein Kreis. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren ja auch intensiv gearbeitet. Das war ja im letzten Jahr für mich ein ganz zentraler Punkt, als ich zusammen mit unserer Bundesbildungsministerin Andrzej Karliczek die Vereinbarung, über weitere 300 Millionen Euro für die Sanierung im BA2 habe unterschreiben dürfen. Der erste Bauabschnitt wird jetzt dann Gott sei Dank fertig. Wir wussten, wir müssen aber finanziell nachlegen und das haben wir als Politiker auch getan. Und für mich freut es mich, Dr. Lampricht, dass die Zeiss-Gruppe eben jetzt auch mit dazu kommt und Sie geladen das Thema im Feld Physik intensiv bearbeiten, anbieten werden. Mich freut es auch für dich, lieber Wolfgang Hecke, denn Conditio sine qua non für alle staatliche Finanzierungen waren natürlich schon, dass wir aus der Münchner Bürgergesellschaft, aus Bayern, aus ganz Deutschland, eben auch später mitbekommen und wenn ich diese 5 Millionen von der Zeiss-Gruppe dazunehme, dann ist es die beeindruckte, dass wir mit den 50 Millionen Euro hier schon beigetragen worden sind. Das ist ein bemerkenswertes bürgerschaftliches Engagement, ein tolles Engagement unseren Unternehmen, die sich hier einbringen. Und wenn das Ganze darum geht, dass man ein Museum unterstützen kann, das in dem Bewusstsein der Deutschen, der Europäischen, und ich glaube man kann unübertreibend sagen, der weltweiten Strukturen und Bevölkerung verankert ist, ist das etwas sehr, sehr Schönes. Und drückt aus, dass Unternehmen Verantwortung für Öffentlichkeit übernehmen, drückt aus, dass sich Menschen in diesem Haus wunden fühlen, und drückt auch aus, dass die Politik ihre Verantwortung jetzt verlegt. Es war ein schwieriger Prozess im Jahr 2019, als wir die Dinge ein Stück gestalten mussten, aber es sieht jetzt alles am guten Ende aus, und umso mehr freut es mich, dass wir hier eben jetzt Menschen begeistern konnten, dass der Wolfgang Heckel wieder mal Menschen begeistern konnte, die gesagt haben, ich fühle mich begeistert und mache auch meine Geldmöße dafür auf. Denn das ist natürlich immer noch das nächste Commitment, das eine besonders große Rolle spielt. Und wenn es hier eben für die Zeitsgruppe gerade um die Physik-Ausstellung geht, dann schließt sich hier natürlich auch ein Bogen. Sie sind ja seit vielen Jahren hier auch mit engagiert und bringen sich mit entsprechend ein. Und jetzt auch das Commitment, in den Gründerkreis zu kommen, das halte ich einfach für großartig. Denn hier wächst zusammen, was zusammengehört. Das ist wirklich beeindruckend, und ich freue mich wirklich sehr, dass wir so einen schönen Termin heute haben können, in diesem mehr als beeindruckenden Saal, in diesem mehr als beeindruckenden Museum, das sich den Fragen der Zukunft stellt, mit dem Blick auf die Vergangenheit. Wenn ich auch die kulturellen Aspekte ansprechen darf, draußen, in diesen schwierigen Zeiten, auch im letzten Jahr bereits, einen Platz für Kunst und Kultur geschaffen hat, dass die Kinder stattfinden können, so kann man sehen, dass dieses Deutsche Museum kein Elfenbeinturm ist, sondern mitten im Leben steht und das aufnimmt, was an gesellschaftlichen Traits mitgegeben ist. Wir haben es halt im kurzen Einblick in die neuen Ausstellungen gesehen. Das Thema Gesundheit, Ernährung, Landwirtschaft sind ja alles Fragestellungen, die uns intensiv begleiten. Alles auf einer soliden Basis von Physik und Chemie. Das denke ich, ist ein sehr, sehr gut. Ich bin mit Dr. Landrecht Zwingen. Und dann haben wir ganz, ganz herzlich Dank im Namen der gesamten bayerischen Staatsregierung und auch uns als Ministerpräsidenten, mit denen ich gerade noch Kontakt hatte, für das großartige Engagement. Ich denke, das sind die Zeichen, die wir in schwierigen Zeiten brauchen, dass es niemandem, egal wie es weitergeht in dieser Welt, schon gar nicht den Unternehmerinnen und Unternehmern, das ist ein guter Tag, ein starkes Signal. Ich bin sehr, sehr stolz, dass wir hier in Bayern die politische Verantwortung tragen, dass wir Geld unterstützen und dass wir viele Unternehmen haben, viele Menschen aus der ganzen Gesellschaft, die nicht nur mit Worten unterstützen, sondern auch mit hartem Geld. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für die wunderbaren Worte, die gelten allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in unserem Haus. Denn es ist eine große Kraftanstrengung, ein Haus, das 100 Jahre alt wird, das auf den 100-millionsten Besucher zugeht, in eine neue Zeit zu führen. Übrigens war es immer Anspruch aus Captain Millers, das Neue, die Zukunft auszustellen. Retrospektiv sieht das natürlich so aus, wie wenn der erste Dieselmotor dieser Erde, den wir im Haus haben, ein altmodisches Exponat wäre. Wie modern das ist, sieht man an der Diskussion um Mobilität und all diese Dinge. Jetzt aber möchte ich, Sie verzeihen mir, wenn ich das so sage, den Helden des Tages auf die Bühne bitten, der Dr. Karl Landbrecht. Da ist nochmal ein Applaus. Das ist ein kleiner Film. Dieser kleine Film zeigt die hundertjährige Partnerschaft zwischen Deutschmuseum und Zeiss. Oscar von Miller hat im Jahr 1923 das erste Projektionsplanetarium dieser Erde bei Zeiss angeregt. Seitdem gibt es tausende Planetarien auf dieser Erde. Das ist unser neues Planetarium. Sie sehen, wie cool das ist, wenn die jungen Leute sehen dürfen, wie es im Weltall zugeht. Hier sehen wir das Zeiss-Elektronen-Mikroskop, wo wir Vorführungen im guten alten Sinne des Deutschen Museums machen, dass Menschen sehen können, wie die Bärtierchen, das sind kleine Mikroben aus der Isar, in einem Elektronen-Mikroskop aussehen. Herr Dr. Landbrecht, the stage is yours. Vielen Dank, Herr Minister Siebler, Herr Generaldirektor Prof. Heckel, für die einführenden Worte. Es ist mir eine große Ehre, heute hier zu sein. Und ich werde noch ein bisschen darauf kommen, wie Zeit und das Deutsche Museum sehr viele Gemeinsamkeiten verbindet. Aber lassen Sie es mir vielleicht zunächst noch einmal schildern, wie ich persönlich auch das Deutsche Museum sehe. Es ist für mich immer ein Ort der Inspiration, des Lernens. Und ich versuche das auch immer zu vergleichen mit anderen Museen. Ich bin ja sehr viel in der Welt unterwegs und versuche immer Zeit zu finden für naturhistorische Museen, technische Museen, Exploration-Einrichtungen, weil ich, wie gesagt, Physiker bin und die Welt immer gern besser verstehen will. Wir lernen da immer was dazu. Und ich muss sagen, das Deutsche Museum sticht für mich schon sehr heraus. Also es ist eines der bedeutendsten naturwissenschaftlich-technischen Museen für mich auf der ganzen Erde. Und ich habe schon einige gesehen hier. Also ich kann nur sagen, für tolle Institutionen und Gratulationen auf das Weg, wie Sie das hier alles führen. Und ich glaube, jeder, der an Naturwissenschaft, an Innovation, an Technologie interessiert ist, der findet hier eine gute Heimat. Und dem geht richtiges Herz auf, weil für jeden was dabei ist. Die ganze Bandbreite. Ich selber bin mit meiner Tochter, die Gott sei Dank jetzt auch am Mittfach studiert, da bin ich auch sehr stolz, die macht Bioinformatik. Und ich bin seit sie vier Jahre alt, war immer regelmäßig jedes Jahr hergekommen. Ich habe mich dann gefreut, wie die Kinderabteilung begründet wurde, die sehr reißfest ist. Da können die Kinder auch umklettern, überall, da passiert nichts. Im Keller der Flugzeugabteilung. Ich kann auch nur sagen, der Fahrradiekäfig war immer eine Sensation. Meine Tochter hat sich immer gefürchtet, dass der arme Mitarbeiter dann auch Schaden leidet. Aber die Physik wirkt Gott sei Dank immer, da gibt es keine Ausnahmen. Das ist sehr gut. Auch das Wertwerk war immer ein Highlight. Und auch solche körperlichen Erlebnisse, die Betriempulserhaltung auf der Drehscheibe, ist auch noch eine spannende Sache. Also ist eigentlich für jeden was dabei und sehr intuitiv wird man angeführt an Physik, an Technik, an naturwissenschaftlichen Themen hier. Und ich glaube, das so greifbar und fühlbar zu machen, das ist einfach eine Freude für jemanden, der eigentlich gerne Naturwissenschaften sieht hier. Und ich glaube, an der Stelle hat das Deutsche Museum Zeiss sehr viel Gemeinsamkeit. Wie Sie wissen, ist Zeiss eine Firma, die immer auch sehr innovativ unterwegs ist. Die jüngste Innovation ist unser EUV, was auch die Digitalisierung massiv voranschiebt. Und da brauchen wir alle sehr gebildete Menschen, junge Menschen, die in Naturwissenschaften, Technik, Physik, Chemie, Mathematik, Ingenieurwissenschaften ausgebildet sind, also mit Fächer studiert haben, um die Innovationen da voranzutreiben. Und ich glaube fest daran, dass die Technik, die Naturwissenschaften, immer der Schlüssel für die Probleme ist. Sie haben gerade eins erwähnt, Diesel ist ja sehr in heftiger Diskussion. Wir haben enorme Umbrüche aktuell. Wenn Sie sehen, was die Digitalisierung gerade mit uns anstellt, auch, dass keiner mehr ein Fotoapparat hat, noch mehr ein Handy, auch ein ganzer Supercomputer in der Hosentasche, haben alles Wissen der Welt verfügbar in Sekunden. Es sind ja enorme Revolutionen. Wir sehen es in der Mobilität, wo Elektroantrieb kommt, wo in der Batterie forschen. Da haben sich komplett neue Wege aufgetan. Also viele Dinge, die einfach auch die Probleme, die wir heute haben in Zukunft, lösen werden. Und dafür brauchen wir junge Menschen, die auch in die Naturwissenschaften, die Technik reinwachsen. Leistet das Deutsch nur sehen wir uns sehr guten Beitrag. Sie haben es gerade geschildert, wie sie gezwungen waren und dann freiwillig hergekommen sind, was eigentlich ein guter Übergang ist dann, wenn man dann sieht, wie spannend ist. Umso mehr ist es mir heute eine Freude und auch eine Ehre, hier zu stehen und in den Gründerkreis, das Zeiss in den Gründerkreis, wie die Zukunftsidentität aufgenommen wird. Das unterstützen wir sehr gerne. Das ist ein Beitrag zur Modernisierung. Wobei ich sagen muss, ich genieße das hier im Museum ganz besonders, weil auch ältere Exponenten da sind, weil das versetzt einem die Zeit zurück, manchmal wie so in den 50er, 60er Jahren Dinge dargestellt wurden. Aber trotzdem muss man das balancieren und die Modernisierung ist natürlich auch wichtig an der Stelle. Und ich freue mich auch besonders, vielleicht kriege ich heute schon erst einen Einblick in die Physikausstellung, die man auch aus Physik am Herzen denkt. Und vielleicht habe ich da persönlich schon ein bisschen eine Chance heute. Es gibt ein weiteres wichtiges Ereignis für Zeiss in diesem Jahr. Ja, wir werden 150 Jahre alt. Also das Gründungsdatum liegt sehr weit zurück von Zeiss. Und wie Sie wissen, ist das für uns auch durch die Stiftungseigentumerschaft haben wir auch und sehen wir uns auch wirklich verbunden mit gesellschaftlichen Themen und auch einem gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Besonders im Jubiläumsjahr ist das eine gute Sache, dass wir hier in den Gründerkreis aufgenommen werden das auch im Jubiläumsjahr hier mit feiern können. Das Deutsche Museum und Zeiss sind seit 100 Jahren verbunden. Sie haben das Planetarium gezeigt. Das war das erste Planetarium, das Zeiss gebaut hat auf der Erde. Das ist auch eine Innovation. Man sieht es auch gut, es hat zwölf Jahre gedauert, vom Erstgespräch bis zur Lieferung oder Eröffnung. Also manchmal dauert Innovationen ein bisschen länger. Aber da ist auch schon eine sehr enge Verbindung entstanden zwischen Zeiss und dem Deutschen Museum. Das ist bei weitem nicht das einzige Exponat, das Sie hier von Zeiss sehen. Also ich bin immer auf der Suche nach Zeiss-Exponaten, wenn ich hier bin, regelmäßig finde ich immer wieder welche, auch im Bereich, wo wir schon immer aktiv sind. Und wir haben heute noch ein ganz besonderes Exponat, das Professor Mappes dann übergeben wird. Das ist ein Mikroskop. Und er wird dann erzählen, was es für Besonderheit hat und welche wichtige Funktionen es in der Unternehmensentwicklung von Zeiss gehabt hat, das Mikroskop genauso zu bauen, wie es eben gebaut ist. Das war ein wichtiger Meilenstein. Und auch neue Produkte wurden gezeigt, das Rasterelektronenmikroskop. Also Sie können hier von Zeiss, vom Weltraum, also sehr große Entfernungen bis hin zu sehr kleinen Dimensionen schauen, eben bestimmte Tiere da beobachten, ist auch, glaube ich, die ganze Bandbreite hier abgedeckt. Man kann also hier entdecken, lernen und begeistern. Und ich glaube, jeden jungen Menschen, jedes Kindergartenkind, vielleicht schon Schulkind, und als erstes und so weiter, jeden jungen Menschen, den wir in Mitberufe reinlecken können, ob es ein Lehrberuf ist, ob es ein Studium ist, ob es später Professor wird, sie oder er oder auch vielleicht bei Zeiss einmal arbeitet, dann haben wir uns Wert gemacht und tragen auch dabei, die Probleme zu lösen. Wie immer sind auch viele Menschen beteiligt, und ich vertrete heute hier in Zeiss, bin ich stolz darauf, sind viele Menschen beteiligt, so etwas möglich zu machen. Ich möchte ein paar Stellvertretende nehmen, beim Deutschen Museum, die Frau Dr. Schnee folgt, die die Physikabteilung hier vorantreibt, dann den Professor Heckl natürlich, der eine enorme Triebfeder ist für den Fortschritt des Deutschen Museums, für die Politik, für die vertretenen Minister Siedler natürlich, ist auch wichtig, der Schulterschluss, Professor Mappes auch vielen Dank für die Mitwirkung. Und von der Zeiss Seite, mein Vorgänger, der Michael Kaschke, hat das Ganze auch vor einigen Jahren, haben wir gerade gesprochen darüber, bei Ihnen, es hat schon auch eine Zeit gedauert, das initiiert und gestartet. Und der Markus Weber ist ja auch mit meinem Forschungskollegen in dem Deutschen Museum verbunden, und ich darf halt auch den beiden Kollegen sehr stark danken und allen, die mitgewirkt haben. Freut mich sehr, dass wir jetzt noch engeren Schulterschluss haben mit Zeiss und das Deutsche Museum und möchte mich auch noch einmal auch für das Vertrauen bedanken, dass wir mitwirken dürfen. Ich glaube, da haben wir einen tollen Schulterschluss und werden hoffentlich zum Schluss auch noch mehr Kinder, Jugendliche, Menschen begeistern für die Naturwissenschaft und Technik. Vielen Dank. Applaus Auch, dass Sie erwähnt haben, Herr Kaschke, kann mich sehr gut erinnern, dass wir vor etwa vier Jahren, dass er mich angerufen hat und gesagt hat, also deutsches optisches Museum, Jena. Professor Mappes, es gibt einen Verrückten, der ist ein Sammler von Mikroskopen, ein Privatsammler, der muss, und Mitglied natürlich der Zeiss-Familie, der muss dieses Deutsche Optische Museum in Jena leiten und seitdem sind wir gute Kollegen miteinander. Herzlich willkommen, ich begrüße Sie. Was haben Sie uns mitgebracht? Wir haben heute zwei gute Nachrichten, nicht nur eine 5-Millionen-Spende, auch eine Exponatspende. Herr Professor Mappes. Vielen Dank, Herr Professor Ecke. Dankeschön. Ah, ja, meine Damen und Herren, ich würde gerne auch direkt Bezug drauf nehmen, und zwar einmal auch, was Dr. Lambrecht eben gesagt hat, wenn man in die Geschichte von Zeiss geht, warum ist das Exponat, das ich Ihnen mitgebracht habe, aus der Sammler? Warum gibt es einen Film? Warum gibt es einen Film? Entschuldigung. Die klassische Optik ist eine der 19 neuen Dauerausstellungen, die gerade im ersten Bauabschnitt fertiggestellt werden. Ein Highlight der Ausstellung ist das mikroskopische Theater, das die Besucher zu einer Reise in die Welt der Linzlinge einlädt. Hier gibt es Ameisen im Großformat zu bestaunen und vieles andere mehr. Ein Mitarbeiter des Deutschen Museums macht in diesem mikroskopischen Theater Live-Vorführungen an einem Raster-Elektronen-Mikroskop und an anderen Mikroskopen. Dazu bringt er auch die legendären Bärtierchen ins Museum mit, die man dann in ihrer ganzen Pracht auf dem Großbildschirm bestaunen kann. Die Zuschauer sind live dabei und können Fragen stellen. Die Vorführungen dauern deshalb auch schon mal eine ganze Stunde. Okay, danke. Ja, einmal nochmal Bezug drauf nehmend, was ich hier mitgebracht habe, ist ein Gerät aus der Sammlung des Deutschen Optischen Museums. Und das eben genau zeigt, warum oder wie hat das Bärtzheiß begonnen. Lassen Sie mich ein ganz klein bisschen ausholen auf die 175 Jahre, die ja Dr. Landrich gerade schon erwähnt hat. Der 30-jährige Karl Zeiß hat 1846 ein Start-up in Jena gegründet und hat angefangen, ich zitiere, Fertigung zum Verkauf mechanischer und optischer Instrumente sowie zur Errichtung eines Ateliers für Mechanik in Jena. Nachdem er damit angefangen hat, Mechanik zu machen, hat er schon nach einem Jahr, 1847, angefangen, ein Mikroskop zu bauen. Einfachen Mikroskop erst, aber ist relativ früh in Kontakt gegangen mit Wissenschaftlern, mit den Anwendern, mit seinen Kunden. Das ist unheimlich wichtig und da würde ich übrigens immer wieder sagen, das ist etwas, was man immer wieder lernen kann, auch was ist in der Geschichte passiert und wie schlägt sich das heute in Ihnen an. Als Beispiel, die Mikroskopoptiken. Die Zeiß dann baute, 1857 hat er mit zusammengesetzten Mikroskopen angefangen. Die sind bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gepröbelt oben. Was bedeutet das? Sie haben in diesen einzigen Geschleif geschleift und haben die dann kombiniert zu einem Objektiv. Sie wussten aber vorher nicht genau, wie ist die Vergrößerung, wie gut ist dieses Objektiv. So hat man auf der ganzen Welt, wo man Mikroskope herstellt, das große Teil davon war, in Europa hergestellt. Da gab es auch tatsächlich von sehr guten anderen Herstellern, gab es in den Firmenschriften, die ich zitiere aus den 1870ern, besonders gut gelungene Objektive werden, soweit vorhanden, für entsprechend höhere Preise abgegeben. Das heißt, wenn sie was gekauft haben, wussten sie gar nicht genau, was kriegen sie denn da eigentlich. Und auch das hat sich in den Publikationen immer wieder wieder gespielt, dass man dann, der ein oder andere meinte, ja, jetzt Objektiv von dem Hersteller gekauft, und ja, diesmal ist das wohl nicht so gut gelungen. Und das ist genau das, was Zeiss anders gemacht hat. Dadurch, dass Jena, im Vergleich zu München, relativ klein war und auch weiter ist, hat es aber eine sehr, sehr hohe Dichte an Forschung dort und hat eine sehr gute Universität und hat weiter eine hervorragende Universität. Und genau das hat Zeiss gemacht. Er ist dort mit den Anwendern in Kontakt gegangen und hat einfach zugehört, was wollen die, was brauchen die. Und das ist eben genau diese, ja, reproduzierbarkeit. Sie wollen wissen, wie gut funktioniert das Ganze, wenn sie es kaufen. Und so war Zeiss 50 Jahre alt, als er einen jungen, engagierten Physiker mit dazu genommen hat, ernsthaft, aber der war damals 26, also ungefähr halb so alt, und hat an der Universität Jena gelehrt. Und das Ziel dieser Kooperation, die die beiden begonnen haben, war eben den Kunden zuverlässige Mikroskope anzubieten und über das Verständnis, wie funktionieren denn eigentlich diese Optiken, natürlich auch die Auflösung immer weiter voranzutreiben. Das ist wieder die Brücke zu EUV, die ja vorhin der Dr. Lambrecht erwähnt hat. Also sprich über das Verständnis und immer ein bisschen weiter noch voranzutreiben, was man sonst eigentlich konnte. Und da haben die beiden relativ lange Theorie und dann eben auch in der Praxis probiert, haben also berechnet, haben das dann gefertigt, dann gab es Fehlschläge und schließlich 1872 konnte Zeiss, ich zitiere, in den Produktkatalogen schreiben, die hier aufgeführten Mikroskopsysteme, dann ist ein Objektiv gemeint, sind sämtlich neuerdings aufgrund theoretischer Berechnungen des Herrn Professor Abe in Jena konstruiert. Das heißt, 1872 war Zeiss das erste Unternehmen auf der Welt, das tatsächlich diese Objektive reproduzierbar herstellen konnte. Und wie weit das gegangen ist, sieht man auch, wenn man sich die Objektive anschaut, denn die ganzen Objekte, die Mikroskope haben immer eine Seriennummer, aber auch die Objektive hat bei Zeiss eine Seriennummer. Das heißt, da war ganz auf der Frontwensee, auf der Montierung, war noch eine Nummer eingestanzt, die kannte der Anwender, wenn er nicht mit dem Mikroskop selber ran gegangen ist, gar nicht sehen, die war für den auch irrelevant, aber es war komplett rückverfolgbar. Und wir haben heute bei uns im Deutschen Optischen Museum eben auch tatsächlich die Unterlagen, dass man sehen kann, welche Schmelze ist in jedem dieser Objektive drin. Begonnen hat das 1872 und genau so ein Gerät habe ich jetzt mitgebracht. Und zwar eines, das und auch das ist das Tolle daran, man kann bei Zeiss heute noch nachvollziehen, an wem ist ein Gerät, wann mit welcher Ausstattung ausgeliefert worden. Auch das alles rückverfolgbar, bis heute für jedes Instrument. Und so wissen wir, dass das Gerät, das ich Ihnen jetzt gleich übergeben darf, am 25.08.1970 an die Vereinsbaurei Salzhöhe so als jetzt mittlerweile Türener denkt man bei der München immer ins Bier, also insofern passt das vielleicht auch ganz gut mit den Vereinsbaurei ausgeliefert worden. Und das würde ich Ihnen jetzt übergeben wollen. Das ist ganz bewusst kein Forschungsmikroskop, sondern eben ein Gerät, wie es wunderbar hergestellt wurde und eben dem Alltag genietert worden und dem Ende damit unser Leben auch verbessert hat. In ganz vielerlei Hinsicht. Die Hunde? Ja. Ja, das ist. Die Kautzei ist Jena und dann eben die Serienummer 4610. Eins, zwei. Vielen Dank, Herr Professor Mappes. Das ist, glaube ich, ein Applaus wert. Es gibt ja heute noch Nobelpreise, wenn man an abwesendem Limit arbeitet. Stefan Hell hat ja erst kürzlich als deutscher Physiker im Nobelpreisdorfherst bekommen. Wie wichtig mikroskopische Technik ist, sieht man in der Halbleiterindustrie, sieht man in der Astronomie und wie Sie schön erklärt haben, dass die Basis naturwissenschaftliche Verrechnungen sind, die eben auch zum Unternehmungserfolg der Zeissgruppe so beigetragen haben. Das ist ein schöner, einfach ein schöner Zirkelschutz. Und ja, die Gründerkreis-Urkunde müssen wir bitte schön gebracht kriegen und dann dürfen wir sie signieren. Und dann gibt es keinen drinnen mehr. Der Oscar von Miller hat ja auch, das ist ja die Reminiscenz, einen Gründerkreis zum Aufbau des Deutschen Museumsgründer die Kahn von Linde war damals der große Geldbeschaffer und das hat auch wieder mit dem Braubesen zu tun. Wir wissen, dass unsere Linde-Kelteverschreibungsanlage etwas damit zu tun hat, dass man zum ersten Mal länger Bier im Sommer kühl halten konnte und deshalb war Linde erfolgreich geworden. Ist ähnlich wie Karl Theis und Ernst Abbe erfolgreich geworden mit dem Verkauf von Mikroskopen an Bierbrauereien. Herr Dr. Landrecht, jetzt würde ich Sie bitten, dass wir beide hier unterscheiden. vielleicht halten, dass man dies hier noch an, oder? Das ist ein Leerpunkt, oder was? Mach noch weiter, passt alles schwarz. Okay, passt so, wie wir alles schwarz. Vielleicht auch noch mal für die Kameras hinten. Ja, vielen Dank. Das ist noch mal ein Applaus wert. Jetzt ist es geschehen. Und was tatsächlich mit dieser Spende geschehen wird, wird uns jetzt unsere Kuratorin, Frau Schneepocht, erklären. Sie ist die Kuratorin Daniela Schneepocht für die Musik und ich glaube, Sie werden oben spannen können zwischen traditionellen physikalischen Experimenten, mitmachknopfdrucken Experimente und eben auch, wie soll die zukünftige Physikausstellung aussehen. Herr Fleming. Genau. Ich freue mich erst mal sehr, Ihnen heute einen ganz kurzen Abriss darüber zu geben, was unsere Vorüberlegungen sind für die Physik. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir jetzt mit der Konzeption starten können und was immer schon Anklang geben, die Physik ist und war immer schon eine der beliebtesten Abteilungen hier im Haus und das soll sie auch weiterhin bleiben. Sie ist ein bisschen in die Jahre gekommen, ich glaube, das sieht man, das merkt man, sie ist mittlerweile schon 60 Jahre alt, funktioniert aber immer noch. Wir wollen hier aber nicht stehen bleiben, sondern uns weiterentwickeln und die Physikabteilung geht tatsächlich auch zu einem modernen Highlight dieses Hauses machen. Dafür soll eine komplett neu gestaltete und fachlich und inhaltlich neu konzeptierte Ausstellung entstehen. Das Kernelement der heutigen Ausstellung sind etwa die 200 interaktiven Stationen. Sie laden die Besucherinnen und Besucher ein, sich eigenständig und spielerisch mit den physikalischen Phänomenen zu beschäftigen und so auch selber die Zusammenhänge erkunden zu können. Das ist das Besondere und diese Interaktivität, die würde ich, die würden wir wahnsinnig gerne beibehalten. Denn ich glaube, das sprach hier auch eben aus den Redebeiträgen immer, ich glaube, die Dinge, die wir selber anfassen, die wir ausprobieren können, das sind auch die Dinge, die wir am besten behalten und uns im Kopf bleiben. Was noch fehlt in der momentanen Ausstellung ist ein Vorführbereich, in dem spannende physikalische Experimente dann auch in täglichen Science Shows gezeigt werden können. Dafür soll in der neuen Ausstellung ein eigener, dezidierter Bereich entstehen, in dem dann unser Ausstellungsdienst, unsere Explainer in täglichen Science Shows zum Beispiel schon die bekannten Highlights wie die flüssige Stickstoffvorführung, aber natürlich auch neue Inhalte präsentieren können. Gerade diese persönliche Vermittlung immer mit dem Ziel, die jungen Menschen für die Naturwissenschaften zu begeistern und dass diese Naturwissenschaft, die hier gestiftete Naturwissenschaften manchmal auch ein Leben lang halten kann. Dafür haben wir heute Beispiele gehört. Ich finde, es gibt immer ein sehr schönes. So hat der Physiker und später ein Weltpreisträger Rudolf Mössbauer immer sehr gerne erzählt, dass sein eigentliches Interesse an der Physik erst hier im Deutschen Museum gegründet wurde. Wir wollen aber nicht nur Mitmarsstationen zeigen, wie das in anderen Science Centern der Fall ist, sondern wir können hier auf eine einmalige Sammlung von etwa 6000 Exponaten zurückgreifen. Darunter befinden sich Meinungssteine der Wissenschaftsgeschichte, Originalexponate von Physikern wie Herz, Oben, Gericke, aber auch Nobelpreisexponate wie die Versuchsanordnung von Röntgen zur Entdeckung der Röntgenstrahlen. Und ich persönlich freue mich auch sehr, dass diese Exponate in der neuen Ausstellung wieder einen Platz finden werden und auch ihre eigene Strahlkraft entfalten können. Ein wichtiges Standbein für die Neuerung sind aber natürlich auch neue Themengebiete. Die Ausstellung, so wie wir sie jetzt kennen, ist aus den 1960er Jahren. Im 20. und im 21. Jahrhundert hat sich natürlich in der Forschung sehr, sehr viel getan. Das ist in der momentanen Ausstellung noch nicht enthalten und wir freuen uns sehr, dass natürlich auch Themen wie spezielle Relativitätstheorie, Phänomene der Quantenmechanik, dass wir diese einführen können. Ich denke, das ist extrem notwendig. Neu entstehen wird auch ein Ausstellungsbereich zur Meteorologie der Wissenschaft des Messens. Hier haben wir die PTB und Heidenhallen als Partnerin, als fachliche Partner, weil das sozusagen die Grundlage der physikalischen Praxis ist. Bei allen Neuerungen ist es immer angeklungen, die Physik ist eine sehr traditionsreiche Abteilung hier im Haus. seit Museumsgründung ein fester Bestandteil des stetig erweiterten Ausstellungskanons. Seit Eröffnung des Museumsgebäudes hier auf der auf der Museumsinsel 1925 gibt es eine Physikausstellung. Die jetzige Ausstellung stammt aus den 1960er Jahren und so ist es tatsächlich bei allen Neuerungen sehr verständlich, dass wir diese Seele, diesen analogen Charme der Ausstellung tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne erhalten möchten, weil ich glaube, die Ausstellung auch gerade deshalb so wahnsinnig viele Fans hat. Und ich glaube, lieber Helke, jetzt müssen wir noch einen Film zeigen. Und zwar, wenn der Film kommt, dann kann man sehen, dass wir, beziehungsweise das tolle Team von der Presseabteilung, einen schönen Beitrag des BRs aus dem Jahr 1961 gefunden haben. Und da sieht man dann, dass Demonstrationen, die damals zum ersten Mal zu sehen waren, heute tatsächlich noch genauso nach 60 Jahren funktionieren. Sie funktionieren. Sie funktionieren. Heute, ja. Genau. Genau, und jetzt kommt noch ein sehr, sehr schönes Bild. Die Demonstration zur Drehimpulserhaltung, wie man sieht hier auf dem Foto links von 1926, macht auch heute noch dem Generaldirektor sichtbar große Freude. Genau. Vielen Dank, Frau Drehimpulser. Jetzt darf ich noch zum Schluss, auch Runde, wo Fragen gestellt werden können, noch mal Herr Dr. Lamprecht und Herr Minister Siebel auf die Bühne bitten. Sie haben ja gesehen, meine Damen und Herren, die Erinnerungen, und wir haben es ja auch schon gehört, die Erinnerungen an erste Besuche im Deutschen Museum spielen in der berufsstiftenden Wirkung eine ungeheure Rolle. Ich kann für mich sagen, nicht nur meine Großeltern haben die nachgewiesene ältesten Eintrittskarten zum Deutschen Museum von 1905, die ich im Nachhinein ausgefunden habe, sondern mein erster Besuch im Deutschen Museum war genau, wo ich mich erinnern kann, als Schüler natürlich, 14 Jahre alt, war genau in der Physikabteilung und die Drehimpulserhaltung hat einfach den Ausschlag gegeben, glaube ich, auch für mich, am Ende Physik zu studieren, weil man als erstes verstehen konnte und als Lehrer, glaube ich, ehemaliger Lehrer, kannst du das auch nachvollziehen werden, haben. Wenn man die Drehimpulserhaltung an die Tafel geschrieben kriegt, ist es sehr abstrakt. Wenn man aber spürt auf dieser Drehscheibe, wie sich eine Pirouette, eine Eiskunstläuferin, die eine Pirouette macht und an die Hand und die Arme anzieht, wie die dann schneller wird, also den Drehimpuls erhält, dann hat man es verstanden, weil man es erlebt hat, weil man es gespürt hat. Und deshalb möchte ich als kleine Eingangsfrage stellen an Erstwaltminister Sieber vielleicht, älteste Erinnerung an das deutsche Museum, an Sie dann auch, Herr Rampier. Wie gesagt, irgendwie, Ausflug mit der Schule, war der Teicher Käfig, ganz eindeutig. Das ist ein ganz prägendes Element, keine große Überraschung, aber wenn es blitzt und kracht, ist das natürlich für alle, für Jugendliche immer nachhaltig. Und wie du gesagt hast, veranschaulichen sich das A und O. Gerade in der Physik vom Zugang eben heran, Dinge, die theoretisch gegeben sind, dann praktisch zu erfahren. Die Konzepte haben übrigens sogar in viele Schulen Eingang gehalten, weil es schlechter und eingreifend darum geht, die Dinge, die man theoretisch arbeitet, dann auch gleich praktisch auszuprobieren. Und jetzt der Lernierfolg viel, viel größer. Bis hier ist ein lehrendes und ein lernendes Haus und das, glaube ich, ist großartig. Herr Dr. Rampier, ich müsste so zehn Jahre gewesen sein, war mein Vater hier. Mein Vater war Flugzeugmechaniker in Innsbruck und da ist man immer noch mit ihm gefahren, aber für das sind wir hergefahren und wir haben natürlich die Flugzeugausstellung im Detail angeschaut und dann habe ich die anderen Sachen noch entdeckt im Museum als Kind, weil wir Zeit haben, aber das war mein erster Kontakt, ich war natürlich Flugzeugenträger durch meine Herkunft, mein Vater, aber das hat mich sehr fasziniert, die haben sich durch die Ausstellung gestimmt. Und heute haben Sie Ihren Grundsitz genommen in einem Ort, der sehr bedeutend auch für die Zivilisation? Allpaptaien, ja, danke. Herr Früdinger ist dort begraben, der Kollege Erwin Schrödinger, einer der bedeutendsten Quantenphysiker, da kann man gleich wieder die Brücke schlagen und wir werden in zwei Wochen den ersten Quantenchip, Psychonaut-Chip von Google hier als Original-Exponat bekommen, auch da wieder ein erstes, der Chip, der in den Rechnungen Quantensupremacy bewiesen hat, auch das wieder ein großartiges Ereignis, aber ich verrate Ihnen auch noch was, ich habe einmal, weil das hat mich so erinnert, was du gesagt hast, ich habe mal eine Besucherin, das hat sich herausgestellt, das war eine oberste Bundesrichterin, gefragt, wie sie das Deutsche Museum so findet und dann hat sie zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Enkel, das ist der wichtigste Ort in meinem Leben, nämlich das Bergwerk bei Ihnen. schaue ich Sie natürlich mit großen Augen an, wie kann das sein, Sie sind ja Juristin geworden. Ja, sagt sie, im Bergwerk habe ich meinen Mann kennengelernt. Also Sie sehen auch, dass es eine emotionale, eine persönliche Beziehung aufgebaut werden kann, rufe ich all Ihren Kindern und Enkeln zu, kommen Sie und genießen Sie auf diese Zukunft wieder noch mehr mögliche Möglichkeiten zu haptischen Begegnungen mit Menschen. Jetzt darf ich Sie bitten, wenn Sie Fragen haben, an Dr. Lambrecht und an Minister Siegner. Ja. Grüeble, mein Name, von München TV. Also was mich an Ihrer Firma, Herr Dr. Lambrecht, hat mir da fasziniert, Sie sind in einer Situation, in der das Objektiv, gerade das, was jetzt uns Amateure betrifft, immer nachgeordneter wird. Was tun Sie da, damit dieser Name Zeiss erhalten bleibt? Ist das jetzt ein erster Schritt in diese Richtung, wo man wieder nach außen geht und zeigt, was man alles kann? Oder wird irgendwann auch mal bei den etwas teureren Handys oder Kamera, Kleinkamera ist der Name Zeiss ganz verschwindet? Ja, da ist eine gute Frage. Wir sind, es ist schwäbische Bescheidenheit, würde ich einmal sagen, was alles gleicher ist, dass wir normalerweise nicht so über uns reden, wir sind eher mit Nachhinein-Presse. Aber ich glaube, Sie haben recht, die meisten unserer Geschäfte sind nicht so sichtbar. Manchmal sind Sie im Operationssaal, wo Sie nicht sein wollen, als Patienten, da sind Sie manchmal sichtbar. Am ehesten noch in den Brillengläsen, ich trage selber die Gauer Zeiss-Klasse, ich hoffe Sie auch heutzweißen, genau, dort und natürlich bei den Fotoobjektiven waren wir sehr sichtbar, was auch ein schwieriges Geschäft ist. Aber für uns ist das, ich glaube, das eine ist, dass Sie sichtbar sind, das andere, was mich aber ein bisschen mehr treibt hier, ist hier beizutragen. Nämlich, was Zeiss auch ist, eine enorm innovative Firma, dass Sie eine Vorstellung kriegen, Besuch für unsere halbeaktivision 800 Leute dieses Jahr in Oberkochen, neue Jobs, die wir schaffen über die Innovationsmaschine. Dort haben wir ganz viele Menschen, die einfach in den richtigen Fächern ihr Handwerk gelernt haben. Und das treibt uns auch enorm vorwärts, dass wir das Museum hier unterstützen, dass noch mehr Kinder, Jugendliche in den Mitfächern einfach reinkommen. und das ist die Hauptrichtlinie, mit dem Gesamt. Weiß ich gerade so dicht, weil ich muss nicht Frauenhofer stehen. Hatte der mit Carl Zeiss irgendwas zu tun? War Carl Zeiss sozusagen von dem inspiriert? Frauenhofer? Bitte? Frauenhofer? Ja, ja. Das ist ja unser München. Herr Mappes kennt die Geschichte besser, ich glaube, da ist er besser, das zugeordnet worden. Es gibt ein wunderbares Beispiel im frühen und im ehemaligen Zeiss-Hochhaus-Hauptgebäude in Jena gab es vier Glasfenster. Zeiss, Abbe, Schott, Frauenhofer. Weil sich Abbe immer an Frauenhofer orientiert hat. Er hat über gesagt, das war der Pionier, der die Optik begonnen hat und Abbe hat es in die nächste Stufe gehoben. Und Sie haben so schön vorhin den Deutschen Weltpreis der Herr nochmal erwähnt, der hat ja auch ein Unternehmen gegründet, das er auch an dem Namen Abbe angelehnt hat, weil er versucht hat, ihn zu überspringen. Aber streng genommen, er hat es nur clever genutzt, was Abbe aufgestellt hat. Also sprich, die ganzen, die man im Ende genau diesem Gerät sieht, die ganzen Gesetze, die Abbe aufgestellt hat, die gelten bis heute. Die sind, viel entwickelt sich weiter, aber das gilt weiter. Er hat uns die Sterne näher gebracht, steht auf dem Grabstein von Josef von Fraunhofer an. Und das ist eben auch etwas, was uns, glaube ich, jetzt heute wieder verbindet. Die Zeissgruppe ist in den Teleskopen führend, in den Planetariensausstattung, in den Beamern, die für die Planetarien nötig sind, aber eben auch in der Mikrosystemtechnik. Und da sind ja auch die großen Erfolge, warum wir stolz auf so eine Firma sein können. Ich wollte ihn, Herrn Ziblack, eigentlich noch gefragt haben, weil du hast ja erwähnt, Science and Culture, Science and Art, Science is Culture, sage ich immer. Aber Science and Art, wir haben ja unseren Innenhof geöffnet für diese Veranstaltungen, aber ich glaube, ihr habt noch etwas Größeres vor, in Zukunft mit Verbindung in Wissenschaft und Kunst. Wir sind jetzt unterwegs hier, jetzt die Austauschreiche zu gestalten. Wir möchten diese Grenzen überwinden. Es kommt gerade aus dem Haushaltsausschuss, wo wir das neue Konzerthaus auch von der Planung vorgestellt haben, wo wir eben auch die technischen Entwicklungen mit digitalen Fassaden uns jetzt auch vorstellen. Solche Überlegungen haben wir mit dabei. Die Frage ist immer, warum passt Wissenschaft und Kunst in einem Ministerium zusammen? Es gibt einen Schlüsselbegriff dafür, Kreativität. Denn in beiden Bereichen brauchen wir genau diesen Punkt, das wir auch fördern, unterstützen müssen, bei der technischen Entwicklung, bei den theoretischen Überlegungen, aber eben auch bei der konkreten Umsetzung ist die Kreativität der Schlüsselbegriff, nicht die Dinge nach Schema 0815 abzuarbeiten, sondern wirklich danach immer zu überlegen, wo sind neue Wege in allen Bereichen, dass wir bis der Austausch zwischen diesen beiden scheinbar zunächst in unterschiedlichen Sphären sind ganz wichtig, das wieder alles zu vernetzen. Ja, ich habe zwei Fragen, Berg vom Bayerischen Fernsehen. Herr Siegler, wie ist die Stimmung im Landtag bezüglich des Deutschen Museums? Die müssen ja öfter nachlegen, das hat im Haushaltsausschuss nie eine besonders gute Stimmung. Wie urteilen Sie das jetzt? Ist man jetzt, krummelt man noch oder fürchtet man neue Nachforderungen, eine weitere Nachkalkulationen? Und Herr Heckel, Sie haben angedeutet, die neue Physikausstellung war bis jetzt nicht finanziert. Wie viele Menschen wussten das? Vielleicht vorneweg, an Ihren Taten sollte ich Sie messen. Der Landtag hat das zusätzlich geschlossen. Genauso wie die Bundesinnen jetzt ist eine 50-50-Finanzierung. Es war auch vollkommen klar, dass das die abschließenden Gelder sein müssen. Es war Commitment vorneweg. Deshalb haben wir eben auch diese Aufgabe, den Wolfgang Heckel mitgegeben, an den Bereich eben auch extern zu finanzieren. Heute legt er schon den Leistungsbeweis vor, dass es sich diese Aufgabe annimmt. Insofern ist die Stimmung im Landtag jetzt hier gut, weil die Dinge laufen. Und weil wir alle hoffen, zum Ende des Jahres eben den ersten Baupflicht abbilden zu können, zieht ja alles danach aus. Ja, zur Zeitreihe, das war natürlich schon klar, dass nicht alle Ausstellungen, die in Zukunft kommen, die wir uns wünschen, durch die öffentlichen Zuwendungsgeber finanziert sind. Das ist ja auch schon das Modell gewesen, das Oskar von Möller mit seinem Gründerkreis hatte. Deshalb wird es unsere Aufgabe sein, wird es auch die Aufgabe aller Mäzene, die da noch kommen werden, hoffentlich sein, das Deutsche Museum auch weiterhin in anderen Ausstellungen zu unterstützen. Und wir werden uns auch gemäß des Auftrags der übrigen Hand dafür sehr einsetzen und anstrengen. Auf der Weise auch nochmal auf unseren Freundes- und Förderkreis, der uns in großartiger Weise auch da unterstützt. und auch aus der New Economy, da müssen wir eben auch gucken, dass wir Firmen, dass wir Mäzene, dass wir auch Privatpersonen und solche haben wir ja auch, wieder an uns binden, die uns auch zukünftige Technologien finanziell auch möglich machen. Ich denke da zum Beispiel an die gesamte Digitalisierungsinitiative, an die Hightech-Agenda der Bayerischen Staatsregierung. Ich denke an unsere Aktivitäten, die wir im ehemaligen Forum der Technik, nun im Forum der Zukunft unternehmen. Gerade hatten wir vor vier Wochen die Grundsteinlegung der KI-Fabrik, das Thema KI, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, aber auch all die modernen Themen von der Quantentechnologie bis zur Raumfahrt, all das hart in der einen oder anderen Weise der Dinge, der Unterstützung durch Mäzene. Und wir werden dranbleiben. Wir haben ja auch noch ein Stück weit vor uns. Wir sind froh, dass wir jetzt in der Hälfte angekommen sind, dass wir diesen Dampfer, der ja durchaus 50, 80 Jahre lang nicht oder von der Substanz auch hat leben müssen, dass wir diesen Dampfer wieder flott kriegen, mithilfe von Bund und Land, mithilfe der Eingebundenheit in der Leibniz-Gemeinschaft, mithilfe all der Menschen, die auch mit den Füßen abstimmen. Immerhin sind wir bestbesuchtes Museum in Deutschland mit etwa eineinhalb Millionen Besuchern zu Normalzeiten natürlich im Jahr. Und das soll auch so bleiben, bemüht sich sogar noch mehr werden, wenn wir wieder das Forum der Zukunft auch wirklich in Gänze bespielen können. Aber da wird noch einiges, was seit ISA, hinunterlaufen, aber wir bleiben dran. Der Gründerkreis hat das zehnte Mitglied heute gefunden. Ich danke Ihnen, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich danke vor allen Dingen nochmal und bitte um einen großen Applaus an Dr. Lambrecht und die Zeiss. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit natürlich zu Einzel- und Interviewstatements für Sie. Ein kleiner Umtrunk, ein kleiner Imbiss ist vorbereitet. und Sie haben auch noch die Gelegenheit natürlich ein letztes Mal auf die, ja ein letztes Mal bis Ende des Jahres auf die Physikausstellung zu gucken, so wie sie in den 60er Jahren konzipiert wurde, immer eigentlich am Puls der Zeit, aber in der Didaktik, in der Pädagogik und eben auch mit neuen Themen gerne nachrüstbar. Und das gelingt uns jetzt eben heute mit dem heutigen Tag. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und ich hoffe natürlich im Namen von uns allen Sie bald bald wieder zu so einem Event begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus